Ich spüre, dass es wieder passiert. Die Erwartung der Menschen an mich etwas zu sein, für das ich mich nicht gut genug halte. Ich bin Detective. Das Easttown Police Department hat eine Leiche gefunden. Etwas Großes zu leisten, ist überbewertet. Denn dann erwarten das die Menschen von einem. Ständig. Mehr auf Easttown ab 21. Mai auf Sky Atlantic.